Man kommt sich so ein bisschen beengt vor in so einem Auto, aber es gibt ja auch nur 22 Leute, die in so einem Auto überhaupt fahren dürfen. Nämlich die 22 Fahrer, die alle zwei Wochen bei einem Grand Prix starten. Jetzt gibt es aber sowas ähnliches für die Straße. Und zwar ist der Wagen Veritas. Und die Wahrheit liegt auf dem Asphalt. Der Bruder von Nick Heidfeld, Sven Heidfeld, hat ihn für uns getestet. Das ist der Wahrheit. Und nichts als der Wahrheit. Zumindest für alle Supersportwagenfreunde. Der Veritas. Lateinisch für Wahrheit. RS3. Er bietet wahren Supersportwagenfreunden alles, was sie schätzen. Nämlich nichts. Heißt, keinerlei elektronische Fahrhilfen trüben das pure Vergnügen. Vorlage für den RS3 ist der Veritas Meteor. 1951 erster Formel 1 Bulli der aus deutscher Fertigung. Damals zeichneten sich ehemalige BMW-Ingenieure verantwortlich. Auch die Wiederbelebung der Legende beherbergt ein BMW-Aggregat. Es stammt aus dem alten M5. Der V8 leistet stolze 420 PS und 329 Stundenkilometer. Zum ersten ausgiebigen Härtetest auf öffentlicher Straße klettert Rennsport-Experte Sven Heidfeld hinters Steuer. Die König-Sitzschale in edelstem Leder. Im Rücken den Stüber-Auspuff. Vor Augen die nicht enden wollende Designerschnauze. Unter dem Hosenboden das Öhlins-Fahrwerk. Die Dunlop-Pneus auf edlen Brebham-Felgen. So geht's auf die A8 in Südfrankreich zwischen Genua und Monte Carlo. Der Profi zeigt sich vom Concept-Car schlicht begeistert. Ich glaube, das Grinsen sagt alles, also Spaß pur. Das ist wie wenn man mit einem richtigen Rennwagen, in dem Fall ein Veritas, auf der Autobahn hier kurz vor Monaco spazieren fährt. Macht mächtig Spaß. Die Kombination auch von dem Design ist in meinen Augen was ganz Besonderes. Und ja, ist eigenständig, kann man mit nichts vergleichen und das ist auch gut so. Von Badmobil bis Silberpfeil reicht die Assoziationskette in Sachen Design. Das ist auf jeden Fall retro und kompromisslos. Kompromissloses Design bedeutet in diesem Fall, dass wir die Technik im Vordergrund haben. Der Fahrer die Technik komplett spürt. Das ist nichts gedämpft. Wir haben hier alles, was man braucht, wenn man ein Herz für den Motorsport hat. Herz alleine reicht aber nicht, wenn man mit dem RS3 nicht nur zum Brötchen holen fahren will. Fahren kann es eigentlich jeder, wenn er sich zutraut, so viel brachiale Gewalt zu beherrschen. Er hat keine Hilfen. Er muss einfach gegebenenfalls einen neuen Führerschein machen, um es zu schaffen, dieses Fahrzeug zu fahren. Um dieses zu unterstützen, werden wir jedem eine Einweisung auf den Nürburgring anhand geben, eine C-Lizenz. Damit wird es möglich sein, dieses Fahrzeug über die Straße zu bringen. Das dauert aber noch ein wenig, denn die erste Kleinserie von 30 Exemplaren des Veritas RS3 gibt es erst im Mai 2009 zu kaufen. Die V8-Version mit 420 PS soll dann 330.000 Euro kosten. Der V10 mit 600 PS 400.000. Bis dahin können alle Supersportwagenfreunde die Wahrheit schon mal in ihrer Brieftasche suchen. Das war es von der London Motor Show mit einigen wenigen, aber dafür wichtigen Weltpremieren. Und nächste Woche sehen Sie bei uns auch eine Weltpremiere. Wir haben nämlich das Drama dokumentiert, das Leiden um die TÜV-Plakette. Ab nächster Woche bei uns TÜV-TV. Geh frei von London! Kör Kör Untertitelung des ZDF, 2020